In dieser Folge Helled Loose greifen wir den Feind an. War ein bisschen Zederangriff. Ist tot. So, viel Spaß dabei. Nee, Doc ist jetzt schon in der... Def... Doc ist jetzt schon wieder in der Def. Wir können angreifen gehen. Ja, der Vierer rollt aber gerade rein ins Cap. Ein ausgeschaltet. Von Osten. Den Vierer? Nein, einen Infanteristen. Der schießt irgendeine MG oder... Ja, ein Panzer IV. Auf Richtung Ping von mir. Ich mag die Schrotflinte. Ich weiß nicht, was hier in der Def abgeht, aber hier ist ordentlich was los. Raus von mir. War da gerade der Hamburger bei Kirk. Was los. Ist irgendwo was los, Kirk. Ich sag dir jetzt irgendwo was los. Was ist denn da so los? Also ich könnte hier eine Satchel reinklatschen. Satchel oder du da? Ach nee, falsches Loader oder... Falscher... Das ist klasse. Oder Loader. Das ist die Klein-Maria. Mach gerade ein Haus. Aber obwohl jetzt sind wir so viele hier drin, jetzt haben wir es gleich. Mama, das Klein-Maria. Ich war in der Mauercamp nur, Ria. Wenn du schneller bist, das ist der Gegner. Und wenn du in einer Richtung abhängen kannst. Was ist auf der Mauer? Was hat hier einen erschossen? Ganz oben ist er nicht. Die alle da. Danke dir. Ich hatte gedacht, er hat erst ein Zeichen über den Kopf gehabt. Deswegen bin ich so angesprochen. Ah, hier in der Mitte ist er. Guckt raus. Achtung, wo kommt jetzt? Ist tot. Ich setze euch mal den OP hier hin. Da könnt ihr dann reinschauen. Ich brauche hier Unterstützung. OP. Ja, jemand anders. Wo haben denn die hier Scheiß-Spawn-Punkt? Gibt's doch. Gibt's doch. Die OP direkt. Sorry, habe ich nicht gekriegt. Unsere OP ist auch weg, aber ich weiß nicht, ob sie das wollen. Ist direkt neu zu setzen. Ich setze ihn hier unten bei mir neu. Dann können wir ausschwärmen und den Spawn suchen. Ja, Karl sind wir am verteidigen. Da könnte sich jetzt theoretisch wieder... Ja, ist egal. Wenn nicht, dann baue ich ihn ab. Ja, ja, eben waren wir nur schon ganz knapp davor. Ja, alles gut. Du hier unten auf dem Boden, du trägst Winterklamotte. Wir haben durchgecappt, lol. Ja, ich bin Sonny. Ich will eigentlich, ich sag jetzt, hoffen, dass du auch nicht keiner schießt. Okay, jetzt hat er mich weggespeckt. Da ist noch einer. Klaus am OP. Achtung. Aber ich glaube, Air-Head wäre sinnvoller. Hier hofft tatsächlich einer als Sani, dass er nicht auf ihn geschossen hat. Getippt. Der da vorne ist tot. Eine Verteidigung, wenn ich den Angriff. Zumindest einer von denen. Unser OP ist weg. Ja, wir gehen gleich in den Air-Head. Lass gleich in den Air-Head. Ist der schon ein Round durch? Ja, wäre geil, wäre geil, ja. Ja, 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 wäre geil, wäre geil. In dem Walzenfeld Feind. Bombing, Mann. Bombing, Mann. Bombing, Mann. Ich hab ihn überlebt. Oh mein Gott. Ich hab ihn überlebt. Ich hab ihn im Bomben-Splitter eingezogen. Oh fuck, ey. Komm, ich mach nicht los, wenn ich bin geschossen worden. Das hängt so ein Baker oder Easy, dass die mir was stellen. Der Panzer zieht genau in Richtung unseres Außenpostens. Ja, ich setz den jetzt hier an den Flusslauf. Ria, wie viele Kills hast du? Bitte sag mir, du hast mehr als 10 Kills. Alle, die wir nicht setzen. Keine Fresse. Ja, OP hab ich umgesetzt. Ja. Bombing Run, oder? Ja, aber nicht auf uns, außer das ist ein amerikanischer. Wunderhübsch, der Bombing Run. Amerikanische Bomben machen nur an deutschen Schaden. Das weiß doch jeder. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaub, der OP wird von hinten beschossen. Ja. Oh nee. Nein, ich hab noch 20 Sekunden cooldown, verfickte Scheiße. Kampfpunkte durch Munitionsabbau. Das ist so ein bisschen aus, als hätt ich was gerissen, die Runde. Super, Kirk. Bin stolz auf dich. Ja? Aus. Ja. Bitte. Du brauchst nur noch ein paar von den Kills. Er ist nicht tot. Ähm, OP wird, äh, am OP direkt. Am OP direkt ist einer. Hier die feindlichen Supplies, oder nicht? Der blöde Panzer schießt hier. So ne sauer Reise. Weiß ich nicht, ich bin tot, wegen dem blöden Traum. Achtung, Erdfäckle, der war einfach raus, Infanterie. Hier, bei Ping, hinter dem, hinter dem, hinter der Mauer sind. Er deckt mich ab. Da ist irgendwo ein Feind, Inf. Koppel. Ich lauf lang. Ah, ich lauf doch nicht lang. Und wo kommt denn der ganze Scheiß? Ja, da ist ein Tank. Ja, ich wollte gerade sagen, der Panther steht da. Bist du nicht mal Atela? Doch. Ja, das stimmt. Alexa, was höre ich hier eigentlich für eine Scheiße? Das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also wenn ich jetzt Alexa bin, würde ich sagen, ich kann nichts für deinen Musikgeschmack. Bitte beschweren Sie sich bei Ihrem Musikgeschmackgeber. Da oben liegt irgendwo ein MG42. Ja, das liegt in der Base. Das MG42 liegt hier, bei Ping ungefähr. Alexa, Lautstärke 6. Kommt wieder Airhead von uns. Und oben rechts. Oh, genau. Kommt das Airjagel. Und da, wo ich jetzt bin, da kommt Inf. Steht der Tank noch? In Mark, du steht einer, der ist auch unbesetzt. Die Ari, glaube ich, ist auch besetzt. Ja, die schießt die ganze Zeit. Ja, die Ari hier ist, Infanterie auf Ping. Der Tank steht immer noch. Hier läuft er hoch. Der nächste, der stirbt. Kann mir bitte mal... Der da hochgelaufen ist, zum Fleiß werfen. Wir bauen eine Puck. Da ist er. Artie ist ausgeschaltet. Beim OP Supplies. Jetzt der Panther auf Ping. Das ist Besatzung. Oh, der Panther kommt zurück. Achtung, da kommt Panther. Oh, hinter uns. Verdammt. Oh, fuck. Ich bin nämlich nebenberuflich Eisenbahnfahrer. Und ich kontrolliere gerade die Eisenbahn auf Schäden und fahre mit dem Supply Talk hier lang. Ah, ich seh dich. Oh mein Gott. Schön. Als du letztens mit dem Panzer da drüber gefahren bist, ist er hängen geblieben. Da habe ich auch noch Flashbacks. Da habe ich auch extra einen Short draus gemacht. Aus der Videosszene. Ja, Down Under. Down Under. Sag Bescheid, wenn ihr da im Süden einen Eingriff aufgebaut habt. Wenn ihr dann das nächste Mal sterbt, spaw nicht bei euch da unten. Ist da ein Versuch, die Garni hier oben zu verteidigen. Ja, alles gut. Wir sind eh gleich da, wo die Garni waren. Hier oben ist Infanterie. Die Garni, die Garni ist heiß. Die Garni ist heiß. Am Kartenrand. Neben meinem Beruf als Schienenkontrolleur, Soldat, bin ich nämlich professioneller Uber-Fahrer. Okay, ich hätte gerne Grab in Hardcap. Mitbekommen, ganz am oberen Kartenrand bewegen sie sich lang. Wo P steht, ich setze, hier ist ein Puma gleich um die Ecke. Fingen wir mal die Supplies, wo die liegen bitte. Hier ist der Puma auf der Marke. Eine 10. Fingen wir mal bitte, wo ich die Supplies abgeschmissen habe. Ja, auf Surfmarkt bekommst du. Denn immer mehr. Ja, du willst gar keine 10 haben. Glaub mir. 10 Kills sind abweilig. Bei 10, bei 10 würden sogar 2 Gruppen gewinnen. Ich habe nämlich das Packlo, oder was? Fuck. Warte, ich mache Killtaxi, oder? Ja, warte. Ja, komm. Offi? Nochmal, bitte. Die marschieren oben am Kartenrand lang. Die werden gleich von oben nach Zoll rein marschieren. Ja. Ich mache einen Marker drauf. Nee, ist da unten, ist da unten. Oder auch nicht mehr. Schade. Sieben. Wir gehen. Sieben. Schade. Noch mehr mehr Schalte. Ich habe gerade 100.000 Kanalpunkte versetzt. Das ist ja eine Postkarte, oder? Ja. Na, egal. Ach, nein, es tut mir leid, es sind acht. Und dreimal hat mich der Moped erschossen. Möchte ich das nicht machen. Geil. Ich habe ein Achievement. Welches? Das dreimal belobigen hatte ich noch nicht. Also wissen wir jetzt, wo wir... Ja, nicht das hin. Nee, wir werden hier gerade überfahren. Ja, ich dachte es mir auch gerade.